In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch des Bielstein B4 Luftfedermoduls an der Hinterachse der Mercedes-Benz S-Klasse W222. Bitte halten Sie sich strikt an die im Film gezeigten Anweisungen. Luftfedermodule sollten stets paarweise getauscht werden. Beachten Sie unbedingt die Herstellervorgaben, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedermodule ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedermodulen handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie das Luftfedermodul aus der Verpackung und kontrollieren Sie es vor der Montage. Beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Messen Sie die Länge des Bielstein Luftfedermoduls und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Mindestlänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung, dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Die Demontage des Interieurs kann je nach Fahrzeugausstattung variieren. Entfernen Sie die Lautsprecherabdeckung in der Hutablage und demontieren Sie den darunter verbauten Lautsprecher. Entnehmen Sie den Gummistopfen. Demontieren Sie vorsichtig die Innenverkleidung der C-Säule. Beachten Sie das dahinter verbaute Airbag-System. Schneiden Sie die Serviceklappe seitlich an der Markierung ein. Schneiden Sie anschließend die unter dem Gummistopfen liegenden Abdämpfungen mit einem geeigneten Werkzeug an der Markierung heraus und entfernen Sie die Teilstücke. Achten Sie darauf, die elektronischen Leitungen und die Druckleitung des Luftfedermoduls nicht zu beschädigen. Klappen Sie die Serviceklappe nach oben und schneiden Sie die darunter liegende Abdämpfung vorsichtig mit einem geeignetem Werkzeug entlang der Markierung ein. Klappen Sie anschließend die eingeschnittene Abdämpfung nach hinten. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Kontrollieren Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Achten Sie hierbei besonders auf die Fahrwerklagerungen. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie das Luftfedermodul vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten am Luftfedermodul stets den Zündschlüssel ab. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Reinigen Sie den Druckleitungsanschluss oben am Luftfedermodul. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend den Druckleitungsanschluss vollständig und verschließen Sie diesen. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Demontieren Sie die Räder. Trennen Sie die elektronischen Leitungen an den Steckverbindungen am Luftfedermodul und lösen Sie diese aus der Halterung heraus. Überprüfen Sie die Leitungen und Steckverbindungen auf eventuelle Schäden. Lösen Sie die Klammern der Abdeckung unten am Querlenker und entfernen Sie diese. Demontieren Sie die Anlenkung des Höhenstandssensors am Querlenker. Demontieren Sie die obere und untere Verschraubung der Koppelstange und entnehmen Sie diese. Demontieren Sie die Verschraubung des Querlenkers außen am Achsträger und am Luftfedermodul. Lösen Sie anschließend die Verschraubung innen so weit, dass Sie den Querlenker nach unten ausschwenken können. Sichern Sie das Luftfedermodul fachgerecht gegen Herausfallen und lösen Sie erst dann die obere Befestigung. Das Luftfedermodul kann nun entnommen werden. Der Einbau des neuen Luftfedermoduls erfolgt analog zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Achtung! Alle beweglichen, fahrwerksrelevanten Schraubverbindungen an Lagerungen werden erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage festgezogen. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber erst unmittelbar vor der Montage. Setzen Sie das neue Luftfedermodul ein und verschrauben Sie es an den oberen Befestigungspunkten. Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Schwenken Sie den Querlenker zurück und montieren Sie diesen am Luftfedermodul und dem Achsträger. Montieren Sie die Koppelstange. Montieren Sie die Anlenkung des Höhenstandssensors am Querlenker. Verbinden Sie die Steckverbindungen der elektronischen Leitungen am Luftfedermodul und fixieren Sie die Zuleitungen am zugehörigen Halter. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss des Luftfedermoduls und entfernen Sie diese vorsichtig. Entnehmen Sie den mittig eingesteckten Halter des Schneidrings. Erneuern Sie die Verschlussschraube und den Schneidring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Schneidrings. Montieren Sie die Druckleitung am Luftfedermodul. Beachten Sie bei der Montage unbedingt das vom Hersteller vorgegebene Drehmoment. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie das Luftfedermodul mit dem Diagnosegerät nach den Herstellervorgaben. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens zwei Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. den Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebeeinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebeeinrichtung zulässig. Platzieren Sie die eingeschnittene Abdämpfung wieder unter der Serviceklappe in der Hutablage. Klappen Sie anschließend die Serviceklappe zurück. Platzieren Sie die entnommenen Teilstücke der Abdämpfung unter der Lautsprecherabdeckung und bringen Sie die Gummistopfen wieder an. Montieren Sie die Verkleidung der C-Säule. Schließen Sie gegebenenfalls vorhandene Lautsprecher wieder an und montieren Sie die Abdeckung. Ziehen Sie die beim Umbau gelösten Schraubverbindungen der Lagerungen fest. Beachten Sie hierbei die Vorgaben und Drehmomente des Herstellers. Montieren Sie die Abdeckung am Querlenker. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Schraubordindungen der Lagerungen des Herstellers und Schraubverbindungen der Lagerungen des Herstellers. Vielen Dank.